Ich bin der Wagner Josef und wir haben jetzt im Außenbereich bei meiner Halle, wo ich Hackschnitzel lagert. Ich habe das übernommen über meinen Vater und habe auch einen Forstwirt gemacht. Es ist selbst und ständig, aber man ist halt frei. Also man kann halt rausgehen, wo man mag und man teilt sich halt Zeit ein bisschen selber ein. Die viele Zeit, die man in dem Betrieb oder in sonstigen Arbeiten steckt. Und es ist natürlich auch viel Liebe dabei. Ich bin jetzt momentan aber viel allein im Wald. Und am Ende schreibt man ein bisschen ab zum normalen Betrieb, den wir im Gasthof auch haben. Deshalb mache ich das auch recht gern. Die Menge Hackschnitzel im Jahr braucht um die 1000 Meter. Man muss die natürlich reintransportieren in unseren Betrieb. Und das ist ein Stück gut Schaufel. Zum Verladen ist da sehr gut. Ich habe mehrere Fliegelprodukte auch schon im Haus. Auch einen Holzhacker, auch für die Forstwirtschaft, einen kleineren. Ja, und natürlich Schaufel und Gabel. Dementsprechend auch für meinen Teleskop-Lader habe ich auch schon von Fliegel bezogen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020